Jamin, heute ging es eine Stunde. Es war der dritte Dreh in der Reihe. Wie entschuldigt bist du, dass du heute nicht die drei Punkte gewonnen hast? Ja, ich bin sehr entschuldigt, weil ich fühle mich, dass wir heute ein Spiel gewonnen hätten. Aber wir haben nicht genug Chancen, deswegen haben wir nicht gewonnen. Wir müssen mehr Chancen kreieren. Wir haben also noch ein Spiel. Wir müssen nur noch ein Spiel bis zum Weihnachten geben. Wir müssen alles geben und versuchen, drei Punkte zu bekommen. Ja, wir sind sehr enttäuscht, weil wir aus den letzten vier Spielen viel zu wenig rausgenommen haben. Es waren alles Mannschaften, die hinter uns stehen und da haben wir es nicht geschafft, letztendlich komplett so aufzutreten, dass wir die Spiele gewinnen. Letztendlich heute war es ein typisches 0-0, kaum Torchancen auf beiden Seiten. Wenn man etwas Positives sehen will, haben wir in den letzten Wochen sehr, sehr gut defensiv gearbeitet. Aber nach vorne ist natürlich auch ein Menge Luft nach oben. Heute war es Jacques, der in den letzten Spielen lag. Es war Lukas. Wie anders war es für dich? Ja, es war gut, mit Jacques und Linköp zu spielen. Lukas ist auch ein guter Spieler. Sie sind beide gute Spieler. Es ist nicht anders auf der Piste, weil sie beide eine gute Qualität haben. Aber es war gut für mich, zu spielen. Okay. Okay, thank you. Thank you. It's about to be legendary. Oh!